Moin. Wir sind Lord of the Lost aus St. Pauli. Lord of the Lost gibt es seit 2009 und wir haben inzwischen tatsächlich die halbe Welt bespielt zwischen China und Mexiko in über 30 Ländern. Wir waren mit Iron Maiden auf Tour. Wir sind musikalisch extrem vielseitig und breit aufgestellt. Ich glaube wir sind eine Band, die es ganz gut drauf hat, wirklich authentisch in beiden Bereichen zu sein. Ganz zivil und casual, wie wir hier sitzen. Einmal auf der Bühne in unseren Outfits, das fühlen wir total, das sind total wir. Das macht uns irgendwie echt und unverbogen. Uns ist es super wichtig, dass wir irgendwie aussehen, wie wir klingen und umgekehrt, dass es ein Gesamtkonzept ist. Für uns würde es sich komisch anfühlen, ohne diesen Verwandlungsprozess einfach in Jeans und T-Shirt auf die Bühne zu gehen. Egal wie groß die Shows waren, die wir bisher gespielt haben, ich muss gleich auf dieser Bühne anfangen mit meiner Stimme ganz allein. Das ist schon extrem und ich freue mich aber auch extrem. 1, 2, 3, Scream for me, Nevermore!